Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier seht ihr jetzt noch ein Ballschnitten von Mama Mia. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt euch das Video ein Like. Lasst unbedingt ein Gratis-Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020